Hau ab, Schnarchnase! Hau ab! Zu meinen Beinen sagen Sie gar nichts? Polizei! Santi, ich war für schon eine Ewigkeit. Ui, was ist denn los? Ich glaube, es ist ein Herz. Waren Sie nicht weg? Tun Sie mir den Gefallen. Ersparen Sie uns die Rennerei. Was wollen Sie von mir? Einen Mord verhindern. Frau Dr. Schneider hat mir alles erzählt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ihr beide seid ausgewandert und es ist schon tot. Hey, Frau, was soll denn das, hä? Frau Krause, würden Sie das auch vor Gericht wiederholen? Und der Eid? Entschuldigung, Sie müssen jetzt darauf nicht antworten. Sie können mir einen Anwalt anrufen und sich mit ihm in Ruhe beraten. Und, wäre es Ihnen recht, öfter mit mir zu tun zu haben? Könnte ich Ihre Beine noch einen Moment sehen? Ich könnte mir vorstellen allerdings, dass Sie in Ihrem Alter diese Art von Musik nicht mehr so häufig hören. Auch wenn Sie die in Ihrem Alter noch häufig hören, hören wir die in unserem Alter auch noch häufig. Ich, dass Sie was gemacht haben? Warum denn nicht? Ja, aber was wollen Sie mir jetzt denn da anhängen? Ich habe ihm gesagt, dass er ein schlechter Mensch ist. Und da hat er gesagt, so schlecht wäre er nun auch wieder nicht. Ja, das ist normal. Ja, das ist normal.